Jetzt sagen sie nicht, es ist wieder Dienstag. An der Börse heißt es, wird die Zukunft gehandelt. Und wenn man sich die aktuellen Kurse ansieht, muss die Zukunft mehr als rosig sein. Die Kurse an der deutschen Börse haben ein Allzeithoch erreicht und mancher fragt sich irritiert, was denn die ominösen Märkte und ihre hohen Priester, die Börsianer, mit diesem Kursfeuerwerk eigentlich feiern. Es müssen die neuen Rekorde sein, die Europa derzeit aufstellt. Noch nie waren die Zinsen so niedrig und noch nie war die Jugendarbeitslosigkeit so hoch. Das dank der Schuldenkrise und den wunderbaren Sparprogrammen der südeuropäischen Länder, mittlerweile zwei Drittel der jungen Menschen in Griechenland und fast die Hälfte ihrer Altersgenossen in Spanien und Portugal arbeitslos sind, muss schließlich gefeiert werden. Denn an der Börse wird ja nicht die Zukunft der Jugend Europas gehandelt, sondern die Zukunft der Gewinne der Unternehmen. Und um die muss man sich wohl keine Sorgen machen, denn wenn die jungen Verwöhnten, aber gut ausgebildete Nichtsnutze erst mal lange genug arbeitslos waren, werden sie auch endlich bereit sein, für wettbewerbsfähige Löhne zu arbeiten. Das heißt, sie werden einsehen, dass ihr Stück vom Wohlstandskuchen ein trockenes Mini-Brötchen ist. Und was soll daran so schlecht sein? Trockenbrot macht Wangenrot, wird ihnen die Fachfrau für Wettbewerbsfähigkeit, Frau Dr. Angela Merkel, zurufen. Denn die ist in der DDR groß geworden, dem ehemaligen Niedriglohnsektor der alten Bundesrepublik. In der DDR hat Ikea die billigen Möbel herstellen lassen, die auf dem westdeutschen Markt so wettbewerbsfähig waren. In der DDR wurden die Waschmaschinen und Kühlschränke produziert, die man im Westen bei Neckermann & Queller konkurrenzlos billig kaufen konnte. Und wie wir gerade erfahren, haben westliche Pharmakonzerne in der DDR an Menschen die Medikamente getestet, mit denen sie so erfolgreich waren, dass sie zu Börsenlieblingen wurden. Und mit den Gewinnen, die die Werktätigen und die Medikamententester der DDR erwirtschaftet haben, konnte man prima die Mauer und das für die Aufrechterhaltung des Niedriglohnsektors notwendige Wachpersonal finanzieren. Ist das die Wettbewerbsfähigkeit, die Angela Merkel den südeuropäischen Nachbarn so nachdrücklich ans Herz legt? Wie lange wird es wohl dauern, bis die verzweifelten arbeitslosen Südeuropa sagen, Hauptsache Arbeit und sei es als Medikamententester? Ein Kursfeuerwerk der Pharmakonzerne wird uns informieren, wenn es soweit ist. Bis neulich. Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de